Musik Heute erleben wir das Ende der Republik. Das Ende eines Regimes, das stillschweigend die Unordnung toleriert. In diesem bedeutenden Moment, in einem System weit von ihr entfernt, ist die neue Republik dabei Lügen in der Galaxis zu verbreiten, während sie im Geheimen den verräterischen, abscheulichen Widerstand unterstützt. Diese furchterregende Maschine, welche ihr erbaut habt, auf der wir festen Fußes stehen, wird dem Senat ein Ende setzen, ihrer hochgeschwätzten Platte. Alle übrigen Systeme werden auf die Knie fallen vor der ersten Ordnung und sich an diesen besonderen Tag erinnern als den letzten Tag der Republik. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020